ja hey Leute hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Survival Games ich bin alleine und äh kenne die Map nicht äh spiele hier auf dem Server von äh Zombay und äh einfach mal hoffen dass wir ja wir haben ein Schwert oh wir sind schon recht gut ausgestattet haben wir noch Fleisch gefunden und äh ich weiß leider nicht wie lange die äh Spawnzeit geht wie ging das denn nochmal egal wow äh Noobschutz ist glaube ich vorbei so wie das wow wie das abgeht ich hoffe der Sound ist nicht zu laut äh ich hoffe es einfach mal wenn doch äh tut es mir leid das werde ich dann das nächste Mal ändern aber äh so bis jetzt ging der Sound ich bin am Spawn das ist wow es sind viele online aber ich sehe leider nicht welche noch im Leben ist das ist schade was ist das hab ich's kaputt gemacht? wow was hab ich gemacht? wow ich hab mich irgendwie Pisten bewegt wow Lava Pisten wow okay die sind also nicht soo gut äh es ist lange lange her wo ich so weit wie Games gespielt hab wir hoffen einfach mal das Beste wow hier geht's ja überall runter wow wow okay äh kistenmäßig siehts grad wow ich dachte ich fall schon runter bisschen kacke aus craften können wir nicht zu können aber Melonen hinsetzen und abbauen genau den kriegen wir nämlich nur noch raus dann können wir nämlich was essen om nom 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 essen uuuu lecker oh ich hab noch gar nichts zu essen seh ich uh wir können aber aufs Dach voll geil haha haben wir neues wow da ist ein ein Drache glaub ich das ist also eine asiatisch angehauchte Map hier irgendwo hier in einer Nähe nein ok dann kann ich da runter hüpfen au ne da ist grad nicht im Feiter wo ich nicht überall Nahrung mehr holen dann kann ich ja normal das lassen so huah ok klappt nicht du 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 wie gesagt ich kenn die Map gar nicht ich hoffe einfach dass ich irgendwie hier weiterkomme und schade ich seh die Leute nicht ich kann ich nicht list es sind maximal ok nein spenden bleibt mir egal ich denke ich jetzt die liste hier mal sehen boah nur 5 Leute da eh und ich hab nichts ich hab gar nichts oh Leute wir müssten was suchen ganz dringend wir brauchen Equipment und oh ich hab grad zurück gezogen oh oh it's the ground too hard ok ihr dürft jetzt wo runter springen das wisst ihr Leute das tut weh nach der Zeit ich würd ich würde aber gerne doch items finden das wäre sehr schön vielleicht nicht irgendwo den Punkt wo einer zu weit runtergepft ist aber äh doch so ich brauche ich brauche es Das ist unschön, aber ich kann ja hier runter hüpfen. Und nein! Ich bin gerade zu inkompetent da hoch zu hüpfen. Oh, ich muss unbedingt mal wieder Adventure Maps anfangen zu spielen. Aua! Alter, bin ich inkompetent. What the heck? Hallo? What is going on? So, jetzt hier runter. Jetzt da runter und hier mit Anlauf rüber. Ja, richtig. Ne? So, dann kann man mich... Hier, hoch hüpfen. Nein, 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 ich will nicht runter hüpfen. Huh. War knapp. Aber ich hab da gar nichts über mir. What the heck? Ist das unschön, ich baue Block? Nein. Das ist schon mal eine Etage höher. Bringt uns, aber nichts, so wie es aussieht. Hier ist nichts. Ich würde gerne Items haben. Komm schon. Irgendwo Items? Oh, ich bin der König der Welt. Yeah! Ne, aber nirgendwo Items. Oh, Alter, was ist das für eine blöde Map? Alter, ich hab noch gar keine Kiste gefunden, außer die am Anfang. Was ist da los? Was ist da los? Das würde ich auf jeden Fall überleben, wenn ich hier unterspringe, aber ich weiß halt nicht mehr, ob da Leute hinter mir sind und so. Ich hoffe es einfach nicht und... Hüpf. Ich würde doch jetzt gerne Items finden. Essen habe ich sonst immer die Probleme, was ich niemals zu essen habe, wenn ich angergämst viele. Aber Items so eigentlich nicht. Eigentlich finde ich voll viele Kisten immer. Aber jetzt gerade nicht. Hup, das ist eine Wackel. Hup, 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 hup. Da muss ich aufpassen, das sind zwei tiefe Dinger. Kommt Spawn. Und dann... Willst du uns doch alle töten, gibst du. Du hast bestimmt schon dir Schwert oder so'n Kack. Döp, döp, döp. Okay, jetzt bin ich hier. Da kann ich reinspringen, aber dann bin ich wahrscheinlich gefangen. Nicht nur wahrscheinlich, das ist so. Finale Fight. Keine Lust, euch alle zu suchen. Wie viele leben denn noch? Ich... 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 Okay. Jetzt mal danke, dass du mir das sagst. Find ich nett. Danke. Für... Alter, für die Info. Ich... Aber ich suche... Doch noch... Sachen... Und dann... Komme... Ich. Ja, wir haben ja so gut wie nichts. Und dann gibt's hier gar keine Sachen auf der Map. Ich hab' hier noch gar keine Kiste gefunden. Wär natürlich ein bisschen blöd, wenn's hier gar nichts geben würde auf der Map, ne? Aber... Auszuschließen ist es ja nicht. Ich seh' ne Kiste... Oh mein Gott, oh mein Gott, ich seh' ne Kiste. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Juhu, Kiste! Jump-run-Skill! Oh man... Werd'n, die schon geplündert! Ah, heil dieses großen Gewölbe ist nur eine blöde Kiste? What the heck? Ähm... Wo? 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 What the heck? Fuck! Okay, ich bin ausgeschieden. Oh, Sprayne! Sprayne! Ich würde sagen, wir machen direkt noch eine Runde. Ähm... Hunger Games. Irgendwer Lust irgendwo drauf hier? Irgendwer Lust auf Hunger Games? Ihr alle? Komm, wir machen jetzt... Äh... Machen Arena 7 voll. Kommt! Ja, ist schon der Nächste? Hi! Hallo! Ich seh' dich! Ich seh' dich! Äh, ja? Hallo? Irgendwie noch ein paar mehr Leute vielleicht? Äh... Was ist das für ein Symbol? Oder soll das irgendwas darstellen überhaupt? Hm... Selbe Map, Punkt, Punkt, Punkt. Ist meine Erde, eine Scheibe! Hallo! Hallo! Hallo, Hallo! Hallo, Hallo! Wow, lag! What is going on? Hello! Hallo! oder fahrrad das habe ich moment gar ams auf davon weiter ganz einfach so war alle macht zum 2 was zum 2 gegen okay so ich würde gerne die Runde mitmachen aber es geht nicht das ist so gehe ich mal mein Gott ich weiß nicht woran das liegt wenn er eine Lösung also kann er gerne in die Kommentare schreiben wer sehr verbunden gut Prozent gut geholfen ist aber Prozent die Welt leider nicht einblenden weil ich von anderen Servern da auch mal auch bei und ich möchte nicht die Arbeit und so und ich habe ich ja nun zu kommen zurück zu der zweiten Runde ich bin diesmal nicht alleine ich habe mit den den Breiter geschnappt so Hallöchen und und der hatte eigentlich vor auch mit aufzunehmen und Prozent wir haben aus dem Sporn A Alters Gebt mir doch eine Waffe ihr Kack Assis Alter fuck ich habe den Abwehr nicht gekriegt Oh da ist Schwert Hab Schwert So hier ist nichts mehr ne Komm mit wo lang wo bist du Weiß ich nicht ich laufe erstmal Ja ich auch Hey wo läufst denn du hin wir müssen hier hoch Machst du Wo bist du da Hast du Rüstungsteile nein ne du hast gar keine Rüstungsteile Doch ich habe Rüstungsteile Warte ich rüste mich fix aus so das ist alles was ich an Rüstung habe Du hast Hose und Helm ne Ja ich habe Helm Und Hose auch Ja nein doch Super genau das hätte ich ja auch Egal Mann Also meine einzige Verteilung im Moment ist ein Spinnennetz Ey das habe ich auch Wow Strunk Und dann habe ich aber auch noch hier davon drei Und davon sechs Ich habe sechs Äpfel Ich habe sechs Äpfel Und das hier Ach ok Zumindest hast du schon ein Schwert Gut dann musst du fighten Jo Äh ja was ich gesagt hatte Ja Brian nimmt auch auf Und das könnt ihr auch alle auf seinem Kanal sehen Ist unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt Und Wow ich bin gerade über eine Kiste gekommen Ach schön Ist da was drin gewesen? Nein Scheiße Jo äh ich fange jetzt ja auch an So ein bisschen ein paar Videos zu machen Und wahrscheinlich auch bald ein Singleplayer Let's Play Aber ich weiß noch nicht genau wie ich das mache weil So redegewandt bin ich noch nicht Dann muss ich noch ein bisschen üben Das ist halt ne Äh Schwerer Anfang aller Let's Player Wo bist du denn da hin? Ja Hier oben Wo oben? Oben Über dir Direkt über dir Wie bist du da hingekommen? Haha über die Treppen Achso Hier oben Weiß ich noch von Also früher war es auf jeden Fall so War hier oben ein Diamant versteckt Fuck Da im Haus Okay Wo ist denn dein Haus? Was? Rechts von dir Da oben soll man drauf kommen? Da oben oder was? Ja Das schaffe ich warte So und wo? Und dann musst du zum Haus ganz hinten Und da sind Leitern und wenn du da schaffst zu jumpen Dann kriegst du einen Diamanten Das schaffe ich niemals alter Das ist voll machbar Oh ich schaff's Oh ich schaff's Äh ich bin nicht gesprochen Warum hast du etwas gesagt? Warum? Du darfst bei so etwas nie was sagen Von wegen ich schaff's Tut mir leid Okay ich versuch's nochmal Ich hab's auch verkackt Wir können natürlich auch Kisten suchen Statt uns nur für einen Diamanten zu suchen Ja ich glaub das sollten wir wirklich machen Weil wenn die dann mehr haben wie wir Dann lass mal zum Train gucken Ich weiß was wir da noch machen könnten Wo läuft's denn? Jetzt Richtung Zug Ich weiß was wir da noch machen könnten Ja Ich hab nämlich neulich von einem Let's Player was gesehen Da ist ein amerikanischer Hunger Games Server Und den finde ich persönlich viel geiler Weil man sich da selbst das Zeug craften kann Aber man muss sich halt alles selbst erfahren Und das geht ziemlich fix Also das geht recht Also sehr sehr schnell Ja so ein Hunger Games Teil kenn ich auch Ist recht amusant Das sollten wir vielleicht auch mal machen Warum guck ich den nicht hoch? Warte mal soll ich dich hochboxen Das guck mal ob es klappt Neul Oh ich bin drüber geöffnet Okay Ja das geht man hier nicht Gut äh Hallo Äh ich komm zu dir Hallo Oh guck mal was da ist Egal ich komm Ich prüge dich jetzt hier rein Ne warte mal hier geht nicht weiter Also muss ich schon echt Teamplay haben oder? Auf jeden Ha Oh Kiste So such was schönes Futter Pisten 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 Schalter Wie viele Spieler sind jetzt hier in der Map Das sieht man ja da nicht so gut Ja das ist kacke Weil das nicht richtig angezeigt wird Ey warte mal hier Kann man damit Ne kann man nicht Okay Wow da war ein Essen drin Ey warte mal da ist ein Turm Wollen wir da mal reingehen? Gern Oh und ich seh da oben eine Truhe und da komm ich bestimmt dran Oh Siehst du das? Siehst du das? Sieht man das? Ja das sieht man ne? Ja was du meinst ist das Survival Games Das Dass man da von null startet Alle starten auf einen Fleck Müssen alle weglaufen Und dann musst du alles Die erfahren und dann Jo das ist doch geil Jo das ist doch geil oder nicht? Jo hab ich auch schon mal gemacht Jo das Jo das So dann mal Römer hüpfen Also wir können uns hier voll bekriegen man Oh shit Was hab ich gemacht? Ich hab nix gemacht Ja oh hier drin ist aber gefährlich wegen Lara und so Ich glaube das will ich doch nicht Lava und so Freilich Erstlich Hast du mal nix gerade zu tun Dann kannst du dich mal auf die Kanone vor dir stellen Warum? AUSCH Weil dann stelle ich mich auch auf so eine Kanone und dann mache ich einen Screenshot für eine Thumb-Mail. Na los. Äh, hinten. So hinten, ja. So. Dann habe ich jetzt schon mal eine Thumb-Mail. Okay. Wollte das nicht schon mal machen. Äh, okay. Warum sind hier Dinge aber kein... Keine Ahnung. ...nicht verbunden? Ey, wir müssen irgendwie da hochkommen zusammen. Okay, okay. Wir machen jetzt hier voll Action. Ah, hier kommt man lang. Okay, ich verstehe. Das ist ein Schalter. Was macht der? Hier kommt man doch nicht hoch. Also auf jeden Fall ist da Lava. Ich will es ehrlich gesagt nicht probieren. Aber du kannst ja versuchen zu springen und ich kann dich ja schlagen, dass du in die Richtung fliegst. Äh, gib bestimmt Safer. Meinst du? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oder? Oh. Nee, geht nicht. Wir sollten aber auch nicht zu lange hier verweilen. Und warte mal, da drüben ist noch ein Turm. Ich guck mal da rein. Alter, meine Tastatur ist ganz viel laut. Kann das sein? Wow, 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 ja. Nee, das geht. Fältigen Grenzen. Ja, ich brauche auf jeden Fall mal ein neues Mikro, dass man das nicht mehr so laut hört. Das ist vielleicht auch ein besseres, weil dann ist meine Stimme auch viel geiler, weißt du? Aua, aua, nein. Boah, Alter, ich habe gerade überlebt. Ich wäre fast verbranched. Bist du in die Lava gefallen? Ja. Ah, ich habe ein Holzschwert! Oh nice. Hat sich fast gelohnt, Mann. Mehr war da nicht drin. Holzschwert, vier leere Schüsseln und eine Pilzsuffe. Hast du das echt geschafft mit dem Lava Jump? Ja, ich habe gebrannt, aber ich wäre fast verbrannt. Ich würde hier gerne runterkommen, ein bisschen lebend. Pff, wir müssen ihn hinschauen, wir müssen irgendwo hin. Ist irgendwo Wasser von reinhüpfen kann? Nö. Ich versuche mich jetzt einfach ganz langsam hier runter. Arsch. Au. Geht doch. Okay, dann lass mal wieder raus hier, würde ich sagen. Mal irgendwo hin. Ja, du merkst das auch langsam, ne? Skill, so skillmäßig Jump-and-Run-Skills gehen langsam weg, du. Gehen langsam weg? War noch nie da. Ne, das ist, meine, das ist das Ruhe halt, ne? Ja, aber ich zum Beispiel hatte vorhin ja auch, hatte ich ein Game ja alleine aufgenommen und so. Und da konnte ich zum Beispiel auch, hatte ich übelst Probleme mit Jump-and-Run. Tom, ich kann nicht mehr rennen, scheiße. Hast du nichts mehr zu essen? Doch, aber ich würde es eigentlich nicht rasten. Warum nicht? Keine Ahnung. Versuch immer voll essen zu bleiben, du weißt, was du machen kannst. Achso, hier oben die tun. Ich weiß das noch, äh, meinst du, die sind schon geklaut, also blöde? Also die hier unten ist weg. Ah, oben auf dem Kran war eine, ne? Ja. Ja, da bin ich ja nie hingekommen. Ich komm da aber hin. Auf jeden Fall, das weiß ich noch, da bin ich hingekommen. Im Polizeiauto, was total hässlich aussieht. Ach, kacke. Hüpf. 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 Äh, also auf jeden Fall hier hin. Wo dann? Wo musste man dann hin? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie du damals einmal hochgekommen bist. Da war es hier auch nicht mehr. Ah, ich weiß jetzt. Ah, hier auf den Stein und dann da oben auf den Leiter. Ja, und jetzt hier auf den Leiter dran sogar. Äh, äh. Nice. Jo. Essen, äh, haben wir eigentlich gar keine Probleme. Sonst hatten wir Essen immer Probleme und Items technisch nicht. Genau wie in letzter Runde. Ich finde so viel Essen, aber keine richtigen Items ich brauche. Kotz übelst an. Wo bist du? Das nächste Haus gelaufen. Ja, endlich, Items. Was hast du da gefunden? Äh, Schuhe, hast du Platte? Ich hab alles jetzt, ja. Okay, dann mach ich immer hier. Aha, Babo Habo Style, man. Oh, ja, Mann. Nice. Warte, vielleicht findet man hier noch was. Mal ein bisschen rumgucken. Ne, ich glaub, da müssen wir als nächstes raus. Guck auch immer in die Öfen, da kann immer mal was drin sein. Ich hab grad keinen Öfen gesehen. Bist du da vorbeigelaufen gerade, einfach so? Blöd und so. Naja, ich hab ein bisschen Angst, so zeitdruckwäsig, weißt du. Da jetzt irgendwo könnte ja jemand kommen und so, weißt du. Ach, Quatsch. Die sind alle voll Neid und so, die machen sowas nicht. Hi Lisa, wink. Okay, hier ist nichts oben. Da war auch ne Truhe. Ja, die ist voll leer. Naja, hat bestimmt schon jemand was rausgenommen, fuck. Das ist halt diese einfachen Truhen, wo jeder rankommt. Die meisten sind schon leer. Lass mal irgendwo hinlaufen, wo die uns nicht mehr finden. Ich hab Bücher gefunden. Oh, hier geht's runter. Ja. Und was, wenn du nicht mehr rausgefahren? So, okay. Light switch. Light switch. Hat das schon jemand eingemacht? Ich. Detector Worlds. Ah, da ist eine Kiste. Echt? Oh, schon wieder alles nur aus D-Deil. Fuck. Exit. Ja, da kommt man natürlich nicht raus. Zum Gedanken. Kommt man da irgendwie hoch? Vielleicht ist da was. Ne, ich glaub nicht. Hm. Was? Ich will mehr Equipment, ich will besseres Equipment haben. Alleine Rüstung würde ich mal was besseres haben. Auf jeden. Ich will das auch nicht so gut, was wir gerade haben hier. Ach, wie schlecht ich bin heute, ey. Das ist lustig, Alter. Hüpf. Pass rein. Oha. Na was? Ah, da kommt die Karte mal rein. Hau auf. Ist kaputt. Geht nicht mehr. So, okay. Wo gehen wir hin? Ich würde schon ziemlich gerne mal ein Steinschwert haben. Das wäre zum Beispiel mal was geiles. Ich frag mich, wo gehe ich denn das hin? Hast du noch keinen gesehen? Außer am Anfang. Ja, hatte ich vorhin auch, wo ich da alleine aufgenommen habe. Ich habe am Anfang voll viele gesehen. Ey, warte mal. Hier unten geht es irgendwo in eine Höhle rein. Oh, das sieht sogar ganz cool aus. Komm mal mit. Wo bist du? Hier hinten bei dem Trümmern, aber hier ist nichts. Komm mal rein? Wir sind jetzt gerade in der Kanalisation. Ja, wirst du. Was gibt es da bloß? Hier gibt es ganz viele Pilze. Pilze sind recht nice. Ich habe vier Schüsseln. Das heißt, dann hätten wir erstmal genug Essen. Also mehr als genug. Oh, da hinten ist eine Truhe. Oha, ich bin gespannt. Bin gespannt. Was sagt sie dir? Hosen. Dreimal Schweinefleisch. Drei Fische. Ach ne, sechsmal Schweinefleisch. Und zwei Enderperlen. Nice. Ich habe auch zwei Enderperlen. Oh, cool. Also notfalls können wir uns wegteleportieren. Weil wir genug Leihfarben natürlich. Ja. Ich finde es blöd, dass man mit Tab nicht sieht, wie viele Leute noch hier sind. Das finde ich ein bisschen schade. Da sind Pilze. Erstmal mitnehmen. Ich kann keine Pilze mehr mitnehmen. Nicht? Ich habe schon lange keine Hunger Games mehr gespielt, aber Pilze konnte man bis jetzt immer mitnehmen. Hallo. Hallo. Alles. Eine. 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 Um. Hum. Hüpf. Hüpf. Ah, ich sehe den Spielernamen. Wuh. Echt? Warte auf mich. ich glaube der geht Richtung Spawn da vorne am Spawn steht ja AHHHHH er zieht gerade raus sogar in dieser Nutte stirb oh 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 ich hab nur noch zweieinhalb Herzen what the heck renn doch NICE voll geil äh ok ich füße mich aus Equipment mäßig habe ich nicht wirklich viel dazu bekommen ich schon äh brauchst du irgendwas Essen mäßiges oder Essen habe ich mehr als genug ich kann dich damit zuwerfen ich hab hier ich geb dir mein neues Schwert ich hab jetzt vier Holzschwerter passt ich habe ungefähr ja viele oh oh es sind nur noch drei Leute am Leben das heißt nur noch wir beide und irgendeinen ja wollen wir dann irgendwie Tic-Tac-Toe machen oder so Tic-Tac-Toe ja schnick schnack schnock man keine Ahnung ich würde sagen wir töten ja von den letzten und dann treffen wir da ist er da ist er da ist er das ist ein Lillchen ein Mädchen so wollen wir jetzt Battle machen oder entscheiden? ja wir rüsten erstmal das aus was wir jetzt noch dabei haben und dann würde ich sagen machen wir ein faires Battle du hast natürlich diese Granitrüstung gekriegt ne? ja das war klar so bist du bereit? warte ein Sekundchen ich muss noch was snacken ne muss ich nicht hast du Essen voll? ja Leben voll? ja ok dann würde ich sagen let's go let's go komm 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 Arsch mit deinen scheiß Pfeilen hier ey oh du hast das Steilschwert alter fick dich haha ah nein du hast Pfeile das ist voll geil ah nein 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 ja klasse du hast da ein paar Pfeile in dir drin wuhu ich hab gewonnen mann ja mann wuhu haha 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 das sieht so geil aus aber ich hab Pfeile in dir drin ja also hast du einen da voll in meinen Körper geschossen der hängt unter meinem Arm fest ja ich sehe es haha what the heck du bist cool ja ok ja ok gut dann würde ich sagen das war's mit der Runde Hanger Games ja das würde ich sagen ich würde das sagen ja ok dann mach du das Outro nein ich würde das sagen das jetzt vorbei ist und so ja ok nein ok aber jetzt wirst du es sagen ja ne so wenn es euch gefallen hat ein Daumen hoch und wenn es euch nicht gefallen hat ein Daumen runter ja und wenn es euch so ein Mittelding war dann haltet einfach den Mund dann drückt einfach beide gleichzeitig wer das schafft beide gleichzeitig zu drücken Respekt oder macht so eh ne mene miste das könnt ihr auch machen ja ähm die Sicht könnt ihr natürlich auch Brian also Brian seine Sicht könnt ihr natürlich auch einmal sehen einfach auf seinen Kanal klicken der jetzt hier ist einfach auf dem Bildschirm klicken so binguuu und dann seid ihr direkt bei Brian und könnt euch das angucken und hat Spaß gemacht ich werde dich natürlich auch verlinken ich würde sagen wir sehen uns bei der nächsten Web was auch immer wir machen wieder tschüss 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 oh muss ich jetzt auf den Advent-Server gehen Adventure-Server auf den Advent-Server auf den Server-Plop-Tisch angucken Ne, warte. Ne, es ist viel zu piste, da will ich gar nicht hin. Ehh? Tominell ist der Advantage. Ja, Tominell ist der Advantage. Fuck, man, viel zu viele Server. Ich muss halt damit aufhören. Gay. Warum nass du? So eine Tessio. So habe ich hier Common Blocks. Enabled Common Blocks. True. Ja, so muss das. Gut. Dann lasse ich mir erst mal die Welt runter. Downloaden. Ja, hm, dann. File Chiller.